Das ist eine Maschine, nehme ich mal an, dass Blitz effektiv ist, Zauber... Blitz... Und das macht... Oh Gott... Heilung... Äh, Heidung 3... Limit Erdgefallen... Gott... Bitte nicht... Lebe... Äh... Ja? Lässt du sie bitte los? Ganz freundlich, frage ich... Und es leckt im Bosskampf nicht gut... Könntest du... Bitte lebe... Was zum Teufel... Heilung 2 dann halt... Ich brauche Heilung... Aber ganz schnell... Und sie ist tot... Sie liegt jetzt so bis genau um... Lebt sie noch? Sie lebt noch... Erleben... So... Bitte wieder auffüllen... Das reicht nicht... Dann sollten wir mal nachher... Äh... Hau mal eine Regina hinterher... Mit der Welt, der hilfreicher sein... Lass das... Äh... Ich brauche mal eine Heilung 2... Und Claude... Macht ein letzter Schliff... Ach... Das sind 3 Gegner... Was zur Hölle... Was hat Claude da drauf? Letzter Schliff... Ein ist kein Trine... Shrine... Das hat ehrlich gesagt bisher jeden Gegner geplättet... Aber hier macht's grad mal 1000 Schaden... Was zum Teufel... Okay... Zauber... Ne... Heidung kommt ja jetzt... Ähm... Ich hätte auf Füllungsbrücken für ihn verdammt... Greif mich so an... Ich möchte es mal sehen... Ähm... Try... So... Ein schöner Flächenschaden... Ähm... Lapis Laser... Zauber... Heilung 2... Ich lass bis das hab... Was ist das für ein Zustand, den ich da drauf hab... Bitte... Achso... Das ist Regener... Klar... Übrig... Da fällt mir ein, weil ich noch mit... Demonstrums probieren kann... Oh Gott... Ich hab noch einen ganz schlechten... Vielleicht noch einen Komet 2... Für alle... Lass das... Kannst du mal... Damit aufhören... Was ist tiefer los? Slack... Einen Moment... So... Ich hoffe es... Hört jetzt auf zu legen... Ich hoffe es wirklich... Ähm... Noch alle Tasten im Schrank... Kannst du mal Regener reinhauen... Bevor der hier irgendwas... Wie krieg ich die wieder weg? Indem ich die Arme wahrscheinlich kaputt mach... Idee... Ultima... Ich hoffe... Äh... Jufi hat hier wegzulament... Yay... Hau rein... Ultima... Und... Worms... Könnte da vielleicht langsam was kaputt gehen... Danke... Äh... Heilo... Limmelwert... Erdgefahr... Buh... Meteor... Ah... Macht auch ganz gut Schauen... Der der Herber kostet zu viel... Er hat Gefahr... Da... 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 Hamut... So... Er hätte zwar viel früher kommen müssen... Aber... Das ist nicht so schlimm... So... Limmelwert... Äh... Meteorigen... Wenn du was besser aussieht... da... 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 So... Und nu? Und nu? Mist, das O-Boot. Die große Substanz. Moment. Wir müssen ihm nach. Idee, wir nehmen das zweite O-Boot. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die da nicht... ...backen die gerade. Sieht nämlich sehr verbuggt aus. So. Jetzt kurz mal nachgucken, was macht denn die schöne Gotteshand? Ähm. Bist blöd? Was auch? Äh. Äh, ich habe noch ein Beta. Äh, ich weiß nicht mehr. Äh, ich weiß nicht mehr. Gotteshand, da ist eine Waffe für... ...tiefer. Gotteshand. Hm. Die Angriffskraft aber gegen zwei Plätze verloren. Guck ich später. Ich habe wirklich das Gefühl, die packen. Dass man die eigentlich hier nacheinander bekämpfen soll. Wenn sie jetzt weg sind, habe ich recht. Was machen die da? Warte, was ist denn ein Kissen hier? Ich habe fast übersehen. Krummschwert. Das ist besser, als man aktuell ist. Oder ist es noch nicht mehr... Was ist so? Ich habe doch sonst keinen mit... ...Schwert haben. Äh. Krummschwert. Das ist natürlich ein Stab. Ist klar. Hätten wir noch was? Oder... ...Leviathan-Leviathan-Schuppe? Hm. Das ist ein Schlüssel-Lobby. Da hätte ich wohl nicht vergessen dürfen. Du, du. Äh. Leviathan-Schuppe, das kommt mir bekannt vor. Verdammt. Ich weiß bloß nicht mehr, woher. Oh, ihr seid so gefährlich. Kommt noch zu kaputt. Na komm. Na komm, geh kaputt. Ich möchte das Limit nicht verschwenden. Danke. So. Next one. Ja, ich übernehme nicht das Schiff. Ich übernehme das Schiff. Aber ganz sicher. Da... Nummer tiefer haut jetzt erst mal ein Limit raus. Ich glaube, das letzte war ein Mist. Scheiße. Die habe ich noch nicht gesehen. Nummer eins. Wasser tritt. Gibt es was auch? Hier. Tiefer im Alleingang. Okay, da ist gerade irgendwas. Habe ich jetzt zu schnell oder was war dann? Ja. Automatische Szene. Wo ich jetzt hier alle im Schiff umbringe. Ja. Es ist so, es versucht nur, es dir zu nehmen. Ja, vielleicht sollten wir sie nicht verärgern. Ja. Oh Gott, wir sind nur im Kreis. Was soll ich nur tun? Gar keinen Fall einfach angreifen, weil lieber sowieso noch zwei Attacken im Boden versinken. Wenn ich sogar eventuell noch einer, je nachdem wie ich treffe. Oh, 137. Cooler Schaden. Cooler Schaden. Frems. Frems. So. Da-da-da-da. Di-da-dam-ti-da. Tam-ti-dam. Herrlich. 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 Esmina. So. zum speicherpunkt sprechen möchte ich jetzt auch so so speichern was ist das eigentlich die brücke wo nehmen wir sie